Erlösen können, also besseren Sex oder ein bisschen so Menschenpark-Fantasien und er hatte alle möglichen Ideen schon und jetzt eben die, wir können uns nur retten, wenn wir von diesem schrecklichen westlichen Individualismus lassen, wenn wir von der Emanzipation lassen und wenn wir in irgendeiner Weise wieder zurückfinden zu tradierten Glaubens- und Lebensformen. Also das ist so im Groben das Ideologische und auch das Handlungsraster dieses Punktes, nicht alles habe ich erzählt, aber wir wollen ja auch mal.